Das ist unglaublich, Commander. Der größte Teil Deutschlands ist befreit und Sie konnten die Invasoren zurückschließen. Machen Sie aber weiter Druck. Die Invasoren sammeln sich in der Nähe von Bern in der Schweiz. Wir wissen nicht warum, aber es könnte Ihr letzter Kampf sein. Wenn Sie kämpfen wollen, geben wir Ihnen die Chance. Schicken wir diese Alienfreaks mit eingeklemmten Schwanz wieder in die rote Zone zurück. Bern. Nach einem verlustreichen Gegenangriff auf die außerirdischen Invasoren ist die neu fumierte GDI endlich in der Lage, die Aliens ein für alle Mal aus Europa zu vertreiben. Die Entscheidung fällt in der Schlacht um den Hauptstützpunkt der Aliens im schweizerischen Bern. Die Invasoren haben Bern in eine lebensfeindliche Großstadtwüste verwandelt, einen riesigen Sammelplatz für die Invasion Mitteleuropas. Der Aliensstützpunkt in den Ruinen der Stadt ist in drei Abschnitte unterteilt. Ein Hauptstützpunkt im Nordosten sowie zwei angrenzende Sekundärstützpunkte für die Produktion von Panzern bzw. Flugeinheiten. Der Gesamtkomplex ist mit einem Tiberiumgürtel gesichert. Das wird ein heißer Tanz. Zerstören Sie den Hauptstützpunkt. Machen Sie keine Gefangenen. Damit ist jetzt Schluss. So, klingt nach einer intensiven Mission. Dann wollen wir mal. Feindliche Einheiten in sich. Empfange Nachricht. Dieser Stützpunkt ist die letzte Festung der Aliens in dieser Region. Zerstören Sie ihn. Wird gebaut. So, wir haben zwei Tiberium-Raffinerien zum Anfang schon mal gekriegt. Das ist ja gar nicht mal so schlecht. Aber wir bauen noch eine dritte. Bau abgeschlossen. Wird gebaut. Bau unterbrochen. Abgebrochen. Wird gebaut. Bau abgeschlossen. Bau abgeschlossen. Wird gebaut. Bau unterbrochen. Abgebrochen. Wird gebaut. Bau abgeschlossen. Neue Bauoptionen. Wird gebaut. So, die Frage ist natürlich. So, die Frage ist natürlich. Gehe ich auf Mammals? Ja, gehe ich auf Predator. Aber das ist jetzt gerade der Sekundär. Erstmal wird gespeichert. Bau abgeschlossen. Neue Bauoptionen. Neue Bauoptionen. Wird gebaut. So. Chalet Mitte. Jürgenkanon-Kontrollzentrum. Das klingt doch gut. Auf Empfang. Feindliche Einheiten in sich. Sie wissen, wir sind hier. Macht die Luken nicht, Jungs. Das wird ziemlich heftig. Klettern. Bau abgeschlossen. Neue Bauoptionen. Schwer. Aliens im Anflug. Holt diese Bieste vom Himmel. Haben sie im Visier. Einheit wird angegriffen. Bethesda. Bestätige Ziel. Unsere Basis wird angegriffen. Ziel bestätigt. Wird repariert. Feindliche Einheiten in sich. Wird gebaut. Ausbilden. Bau abgeschlossen. Neue Bauaktionen. Wird gebaut. Upgrade abgeschlossen. Feindliche Einheiten in sich. Mammut einsatzbereit. Einheit wird angegriffen. Erwarten Befehle. Upgrade abgeschlossen. Bau abgeschlossen. Wird gebaut. Feindliches Kommando entdeckt. Mammut einsatzbereit. Unsere Basis wird angegriffen. Feindliche Einheiten in sich. Einheit wird angegriffen. Einheit verloren. Bau abgeschlossen. Mammut einsatzbereit. Siege wird bestätigt. Wird gebaut. Ziel bestätigt. Feindliche Einheiten in sich. Einheit wird angegriffen. Mammut einsatzbereit. So. So. Upgrade abgeschlossen. Bau abgeschlossen. Unsere Basis wird angegriffen. Wird gebaut. Upgrade abgeschlossen. Mammut einsatzbereit. In Bewegung. Feindliche Einheiten in Sicht. Bau abgeschlossen. Panzerdivision. Einheitlich angegriffen. Wird gebaut. Mammut ein Feuer abschießen. Unterwegs. Mammut ein Feuer abschießen. Feindliche Einheiten in Sicht. Unsere Basis wird angegriffen. Auf dem Park. Upgrade abgeschlossen. Wird gebaut. Mammut einsatzbereit. Unzureichende Mittel. Mammut ein Feuer abschießen. Mobile Artillerie in Bewegung. Upgrade abgeschlossen. Ja, Sir. Bin unterwegs. Feindliche Einheiten in Sicht. Bau um abgeschossen. immer du zu blöd bist um da hinten in die rafnari zu fahren die überlegenheit rücke vor unaufhaltsam mammutpanzer mammut rückt vor ich komme greife an die einheiten in sich seine angegriffen einheit wird angegriffen unzureichende lüttung feindliches kommando entdeckt ein mastermeiter einheit gefördert lehre mich los geht's völlige überlegenheit ich komme auf dem weg macht sie fertig brücke vor greife an unaufhaltsam ich komme mammutpanzer bereit los geht's mammutpanzer unaufhaltsam ganz schön stark hier einheit befördert meine befehle ich komme unaufhaltsam einheit wird angegriffen auf dem weg ausbildung bereit bin unterwegs kampfbereit meine schilder bereit Tiberiumfeld abgebaut einheit wird angegriffen nachladen nachladen bau abgeschlossen kampfbereit auf zertraut unsere basis wird angegriffen ziel bestätigt mammutpanzer bereit unbesiegbar bereit feindliche einheiten in sich nähere mich einheit wird angegriffen los geht's unaufhaltsam ja sir meine befehle unzureichende mittel mammut rückt vor creditor bereit bin unterwegs rücke vor ich glaube ich muss hier einfach mal einen ausfall machen creditor bereit unsere basis wird angegriffen unaufhaltsam unaufhaltsam bin unterwegs einheit wird angegriffen ich komme mammut rückt vor einheit verliebt feindliche stützungen in sich greife an ja sir unsere basis wird angegriffen feindliche einheiten in sich rücken das ist ein einheit verliebt das ist ein noch mal ein aber das ist ein das ist ein einheit in sich das ist ein Auf sie. Bonus-Ziel erreicht. Ausbilder. Gebäude eingeliehen. Initialisiere Video-Habend. Kommander, wir konnten die Aktivitäten in der Kommandozentrale der Invasoren orten. Dabei handelt es sich wohl um die Öffnung eines Dimensionsportals. Vermutlich um eine große Waffe abzufeuern. Sie müssen das Gebäude ausschalten, falls wir recht haben. Ausbilder. Nähere mich. Auf Empfang. Dring ihr in Kampfgebiet ein. Nähere mich ziel. Ratte die Visionen ausrücken. Einheit wird angegriffen. Unbesiegbar. Los geht's. Einheit gefördert. Seine wird angegriffen. Unsere Basis wird angegriffen. Rücke vor. Ich komme. Auf dem Weg. Ja. Ja, Sir. Unsere Satelliten haben eine massive Energiefluktuation an der Rückseite des Alien-Hauptstützpunks geortet. Ich komme. Gott, was ist denn hier passiert? Warnung, Mutterschiff eingesetzt. Neues Bonus-Ziel. Sanja wird angegriffen. Einheit verloren. Ja, Sir. Los geht's. Einheit wird angegriffen. Einheit gefördert. Ah, Mann. Ja, klar. Doch einer. Und noch ein viertes. Und noch ein viertes. Wasser bereit. Rücke vor. Nähere mich. Aufgebrochen. Aufgebrochen. Ausgegeben. Feuer. Greife an. Ich komme. Ich komme. Auf dem Weg. Ich komme. Feindliche Einheiten in Sicht. Unser Barsch ist angegriffen. Macht sie platt. Löscht sie aus. Macht sie platt. Ja. Ein Fall für uns. Das ist gut. Auf zur Front. Einheit wird angegriffen. Oh Mann ey. Hier MBF. Neue Bauoptionen. Ausbilden. Hat der auch mal die Sammler zerstört? Einheit wird angegriffen. Greife an. Bin unterwegs. Mammut rückt vor. Auf zum Tiberiumfeld. Auf dem Weg. Ausbilden. Unzureichend Minutes. Mammut rückt vor. Ich komme. Mammut rückt vor. Ich komme. Los geht's. Auf zum Tiberiumfeld. Einheit wird angegriffen. Feindliche Einheiten in Sicht. Einheit wird angegriffen. Völlige Überlegenheit. Ich glaube, das breche ich an dieser Stelle mal ab. zum Tiberiumfeld. Ich komme mit ihm. Okay. Ich komme mit dem Tiberiumfeld. Jetzt kommt es zum Tiberiumfeld. Ich komme mit dem Tiberiumfeld. Ich komme mit der Tiberiumfeld. Ball abgeschlossen. Initialisiere Video-Uplink. Kommander, wir konnten die Aktivitäten in der Kommandozentrale der Invasoren orten. Dabei handelt es sich wohl um die Öffnung eines Dimensionsportals. Vermutlich um eine große Waffe abzufeuern. Sie müssen das Gebäude ausschalten, falls wir recht haben. Geschlossen. Feindliche Einheiten in sich. Aliens im Anflug! Und diese Wester vom Himmel! Ja, würde ich gerne, wenn ich hier mal irgendwo... Einheit wird angegriffen. Neue Bauoptionen. Wird gebaut. Angriff läuft! Bau abgeschlossen. Wird gebaut. Unsere Basis wird angegriffen. Wird repariert. Genau. Wird nicht Ausbildung Ausbildung Warum kommt denn jetzt das Mutterschiff so früh? Wird gebaut Mammut einsatzbereit Bau abgeschlossen Inspirerung Mammut einsatzbereit Firehawk angedockt und bereit Feindliche Einheiten in sich Einheit wird angegriffen Wir sind startklar Firehawk angedockt und beraten auf Einsatzbefehl Mammut einsatzbereit Auf zur Front Mammut Panzer bereit Mammut Panzer bereit Alles okay Firehawk angedockt und bereit Warten auf Einsatzbefehl Wir sind startklar So Feindliche Einheiten in sich Einheit wird angegriffen Mammut einsatzbereit Firehawk ist bereit Alles klar So Umschwenkel Mammut Panzer bereit Brücke vor Auf dem Weg Ja, Sir Wir sind startklar Fliegen zum Zielgebiet Mammut einsatzbereit Ausbildung Warten auf Zielkord Feindliche Einheiten in sich Kein Problem Mammut Panzer Greife an Alles okay Mammut einsatzbereit Einheit wird angegriffen Einheit wird angegriffen Neuer Kurs bestätig Neuer Kurs bestätig Mammut Neuer Kurs bestätig Mammut Neuer Kurs bestätig Bereit Bereit Einheit wird angegriffen Unaufhaltsam Völlige Überlegenheit Mammut rückt vor Auf zur Front Alles okay Mammut einsatzbereit Ja, Sir Interessanterweise Das Alien-Mutterschiff Diesmal früher kam Als vorhin Keine Ahnung weswegen Bau abgeschlossen Neue Bauoptionen Mammut einsatzbereit Ja, Sir Okay, es geht los. Unbesiegbar. Ich komme. Meine Befehle, völlige Überlegenheit. So, du nach da. Unaufhaltsam. Wir wären dann soweit. Unterwegs. Mammutpanzer. Bin unterwegs. Ja, Sir. Unbesiegbar. Meine Befehle. Los geht's. Auf zur Front. Du sollst doch kommen. Mammutpanzer. Mach sie fertig. Meine Befehle. Bereit. Ich komme. Brücke vor. Abgrade abgeschlossen. Meine Befehle. Völlige Überlegenheit. Wird gebaut. Mammutpanzer bereit. Völlige Überlegenheit. Mammutpanzer bereit. Ja, Sir. Abgrade abgeschlossen. Lade bereit. Du noch da. Abgrade abgeschlossen. Bau abgeschlossen. So. Jetzt geht es hier doch langsamer voran. Hier, Firehawk. Wir sind startklar. Unzureichende Mittel. Bau abgeschlossen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen hoch da. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, um auch zukünftig keine weiteren Videos mehr von mir zu verpassen. Und aktiviert das Glöckchen. Ciao, bis zum nächsten Mal. Ich bitteVIDe einen Daumen hoch. Vielen Dank.